Mit Hilfe von Fußnoten kannst du weitere Hinweise, in der Regel unter dem Text, am Ende der Seite, zu einem bestimmten Wort oder zu einem bestimmten Abschnitt einfügen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich nun. Ich möchte hier zum Beispiel eine Fußnote für das Wort Einbettungscode einfügen. Dazu klicke ich hier einmal direkt hinter das Wort, gehe dann auf Verweise und hier finden wir den Bereich Fußnoten. Und ich muss hier nur einmal auf Fußnote einfügen klicken. Und wir gelangen hier automatisch ans Ende der Seite. Es wird hier automatisch dieser Trennstrich angefügt. Das ist hier meine Fußnote und diese kann ich nun mit Text befüllen. In wissenschaftlichen Arbeiten wird man hier zum Beispiel die Literaturquelle einfügen, also das Buch, aus dem man diesen Abschnitt zum Beispiel entnommen hat. Oder man könnte hier auch zum Beispiel eine Definition des Wortes einfügen. Wenn ich hier nochmal hochscrolle, dann finden wir hier auch wiederum die 1. Das ist also hier meine Fußnote. Wenn ich da drüber fahre, können wir auch sehen, was ich in meine Fußnote eingefügt habe. Ich habe da nämlich Text reingeschrieben und das Ganze wird mir hier nochmal angezeigt. Natürlich kann ich auch weitere Fußnoten einfügen. Ich gehe wieder in den Bereich, in dem ich meine Fußnote haben möchte, zum Beispiel hier. Dann gehe ich wieder auf Verweise, Fußnoten und klicke auf Fußnote einfügen. Es fügt sich also hier automatisch die 2 ein. Und auch hier kann ich wieder einen Text eingeben, zum Beispiel eine Literaturquelle. Wir sehen, dass die Fußnote hier automatisch fortgeführt wird. Ich habe hier also die 1, die 2. Hierbei gehe ich zum Beispiel in eine der nächsten Seiten und füge hier eine neue Fußnote ein. Dann sehen wir, dass hier standardmäßig eine fortlaufende Nummerierung gewählt ist, so wie man es im Grunde in einer wissenschaftlichen Arbeit in der Regel auch haben möchte. Die Fußnoten selbst kann ich auch formatieren. Hierzu gehe ich in den Fußnotenbereich, klicke auf eines der Texte hier mit der rechten Maustaste und hier finde ich einmal die Fußnoten-Endnoten-Optionen. Der große Unterschied von Fußnoten und Endnoten ist, dass Fußnoten immer am Ende der jeweiligen Seite angezeigt werden, während Endnoten immer ganz zum Schluss meiner kompletten Arbeit gezeigt werden. Für wissenschaftliche Arbeiten benutzt man in der Regel keine Endnoten, sondern man arbeitet hier mit Fußnoten, da man die entsprechenden Literaturquellen natürlich auf der gleichen Seite stets präsentieren möchte. Möchte man dennoch Endnoten einfügen, kann man hier in diesem Fuß- und Endnoten-Menü auf Konvertieren klicken und ich könnte in meinem Fall hier alle Fußnoten automatisch in Endnoten umwandeln. Wir sehen nun, dass meine Endnoten hier auf der letzten Seite 4 angezeigt werden. Ich mache das Ganze hier aber wieder rückgängig, gehe dann wieder in die Fußnoten-Endnoten-Optionen und finde hier weitere Einstellmöglichkeiten. Interessant ist hier zum Beispiel das Zahlenformat. Ich könnte also anstatt dieser fortlaufenden arabischen Zahlen beispielsweise römische Zahlen wählen, klicke auf Übernehmen und wir sehen, die Änderungen werden direkt umgesetzt. Ich könnte auch sagen, dass wir nicht mit der Zahl 1 beginnen sollen, sondern mit der Zahl 4 zum Beispiel. Auch das kann man hier einstellen und wir können wählen, ob die Nummerierung fortlaufend erfolgt, also über das ganze Dokument. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel 1, 2 und auf der nächsten Seite ist die Fußnote 3. Ich könnte aber auch zum Beispiel sagen, dass auf jeder Seite eine neue Nummerierung beginnt soll. Dann ändert sich hier auf der Seite nichts, aber wir können in der folgenden Seite sehen, dass hier die Fußnoten wiederum mit 1 beginnen. Bei wissenschaftlichen Arbeiten wird man in der Regel jedoch auch hier mit der voreingestellten Version fortlaufend arbeiten. Das Ganze kann man auch noch so definieren, dass diese fortlaufende Nummerierung immer nur in einem Abschnitt erfolgen soll. Also wenn ich hier in meinem Dokument Abschnittswechsel gesetzt habe, dann kann man diese Option wählen und die fortlaufende Nummerierung ändert sich immer nur jeweils nach dem jeweiligen Abschnittswechsel. Sobald man hier Änderungen vorgenommen hat, kann man hier natürlich nochmal wählen, ob sie sich für das gesamte Dokument oder nur für einen bestimmten Abschnittswechsel auswirken sollen. Deswegen auch immer hier darauf achten, bevor man auf Übernehmen klickt, dass man die entsprechende Funktion hier ausgewählt hat. Um dir das Navigieren und Hin- und Herspringen zwischen Fußnoten zu erleichtern, bietet Word hierzu ein, zwei kleine hilfreiche Funktionen im Bereich Verweise und dann Fußnoten finden wir zunächst einmal die Funktion Notiz anzeigen. Mit dieser Funktion können wir zwischen Fußnote und dem Fußnotentext hin- und herspringen. Wichtig ist, dass Word zu der Fußnote springt, die dann als nächstes kommt hinter meiner Markierung. Wenn ich also meine Markierung hier setze, dann springt Word zu der Fußnote 1, sobald ich auf Notizen anzeigen klicke. Wir sehen, wir sind nun zur Fußnote 1 gesprungen, zu dem Text. Klicke ich nun wieder auf Notizen anzeigen, springen wir zurück zu unserer Fußnote 1. Setze ich meine Markierung aber hinter dieser Fußnote, egal wie nah sie auch dran ist, dann springt Word zur nächsten folgenden Fußnote. Und zwar ist das hier die Fußnote 2. Wir sehen, nun bin ich, da ich meine Markierung hier hatte, springe ich wieder zurück zur Fußnote 2. Und das ist eben die Kleinigkeit, die man hier beachten muss. Eine weitere Möglichkeit, zwischen meinen Fußnoten innerhalb meines Textes zu navigieren, ist hier die Funktion Nächste Fußnote. Ich kann also sagen, ich bin bei der Fußnote 1 und möchte dann, oder ich war jetzt gerade von Word aus gesehen bei der Fußnote 2. Deswegen bin ich hier zu Fußnote 3 gesprungen. Da ich hier nur drei Fußnoten habe, geht es hier nicht weiter. Klicke ich hier auf den Pfeil, kann ich zum Beispiel auch auf die vorherige Fußnote zurückspringen. Und kann eben so mit einfachen Klicks innerhalb meiner Fußnoten navigieren, ohne dass ich sie hier innerhalb meines Textes selber suchen muss. Denn so eine Fußnote ist ja auch ziemlich unauffällig zum Beispiel. Und da hilft einem eben diese Option, die nächste Fußnote schnell ausfindig zu machen. Die Fußnoten und der Text lassen sich auch formatieren. Hierzu gehst du einmal in diesen Fußnoten-Bereich und klickst mit der rechten Maustaste auf einen der Fußnoten-Texte zum Beispiel und wählst dann die sogenannte Formatvorlage. Wir finden hier zum einen die Formatvorlage Fußnoten-Text und über den Button Ändern können wir hier Einstellungen vornehmen. Wir könnten hier zum Beispiel die Schriftart anpassen, die Schriftgröße verändern, das Ganze dicker, fetter, also die üblichen Einstellungen im Grunde, die man hier machen kann, durchführen. Auch können wir zum Beispiel sagen, dass wir den Abstand zwischen den Fußnoten erhöhen möchten. Hierzu gehen wir auf den Bereich Format, Absatz und können hier zum Beispiel sechs Punkte nach einer jeder Fußnote Abstand setzen und hier eben den Abstand erhöhen. Das heißt, wir haben hier sehr viele Einstellmöglichkeiten. Ich klicke hier auf Übernehmen und wir sehen nun, dass hier mein Text angepasst wurde. Die Fußnoten selbst, also die Zahlen, kann ich auch anpassen. Ich klicke wieder mit der rechten Maustaste auf eine der Fußnoten, gehe dann auf die Formatvorlage und scrolle ein wenig nach unten und finde hier die Fußnotenzeichen. Grundsätzlich werden die Änderungen, die ich bei Fußnoten-Text mache, auch meistens für die Fußnoten selbst übernommen. Möchte ich aber nur diese Ziffern hier bearbeiten, dann muss ich eben hier die Fußnotenzeichen bearbeiten. Und wir sehen, hier ist noch nichts aktiviert, da grundsätzlich die Eigenschaften des Fußnoten-Textes übernommen werden. Aber ich könnte hier zum Beispiel weitere Änderungen vornehmen. Ich mache hier nur mal ein paar Beispiele, damit man sieht, wie sich die Änderungen auswirken. Ich gehe auf Übernehmen und wir sehen, es hat sich hier auch der Text geändert. Aber das ist nur temporär. Ich kann hier in meine obere Fußnote einmal klicken. Dann gehe ich auf Format übertragen, also Start Format übertragen. Und übernehme hier mein Format. Und wir können das Ganze auch nun nochmal testen. Wenn ich jetzt also auf Verweise gehe und eine neue Fußnote einfüge, dann sehen wir eben, dass mein Text hier so bleibt, wie ich den Text formatiert habe. Und meine Fußnote selbst wiederum ein anderes Format verfügt. Diese Formatvorlagen, die wir hier über Rechtsklick Formatvorlage aufrufen, finden wir auch unter Start in dem Bereich Formatvorlagen. Entweder eventuell in dieser Kurzübersicht, falls man damit schon öfter mal gearbeitet hat. Ansonsten hier über diesen File und dann auf Formatvorlagen verwalten. Hier würde ich empfehlen, alphabetisch sortieren. Und wir scrollen dann runter in den Bereich Fußnotentext und Fußnotenzeichen. Das sind also hier wieder die gleichen Optionen, die ich gerade über Rechtsklick Formatvorlagen gefunden habe. Das heißt, wir wissen nun, dass diese Formatvorlagen, dass es eben die gleichen Formatvorlagen sind, die wir auch schon aus dem Kapitel mit dem automatischen Inhaltsverzeichnis kennengelernt haben. Das, was wir hier sehen, ist die sogenannte Fußnoten-Trennlinie. Und auch diese Trennlinie kann man bearbeiten, aber nicht, indem man einfach auf sie klickt, sondern man muss zunächst einmal in die Ansicht gehen und unter Ansichten die Entwurfsansicht aktivieren. Wir gehen nun in den Bereich Verweise, Fußnoten und aktivieren hier die Notizen anzeigen. Im Bereich Fußnoten wählen wir hier die Option Fußnoten-Trennlinie und können nun hergehen und unsere Trennlinie hier bearbeiten. Die Trennlinie, die hier vorgefertigt ist, können wir an sich nicht bearbeiten. Wir könnten sie höchstens kopieren und hier einfügen, um unsere Trennlinie hier zu verlängern zum Beispiel. Aber wir können uns mit einem Trick behelfen und zwar gehen wir auf Einfügen. Symbol, Weitere Symbole. Wir wählen hier Schriftart Symbol aus, scrollen ein wenig herunter und finden hier das Zeichen mit dem Zeichencode 190. Und wenn wir dieses hier einfügen, das können wir natürlich hier mehrmals machen, können wir die Länge unseres Trennstrichs manuell bestimmen. Ich habe hier zum Beispiel einen kürzeren Trennstrich eingefügt. Natürlich könnte man hier auch sogar Text einfügen oder andere Symbole. Was man aber nicht einfügen kann, sind zum Beispiel Bilder oder Grafiken oder Formen. Das geht alles nicht. Das heißt, man kann hier wirklich nur Texte einfliegen. Wenn ich damit zufrieden bin, gehe ich unter Ansicht und aktiviere wieder die gewöhnliche Seitenlayoutansicht. Und wir können nun sehen, dass ich eine kürzere Trennlinie habe. Das Ganze wirkt sich dann natürlich auch auf alle Seiten automatisch aus. Und ich kann diese hier beim Arbeiten auch nicht in irgendeiner Form bearbeiten oder zerstören.